Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich fahr jetzt zum Turnen, trainier ein bisschen Planche, Frontlever, Backlever, vielleicht auch ein bisschen mit den Hilfsbändern. Mal gucken, ob ich die da aufgehangen krieg. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Let's go! 3 2 3 4 5 5 5 6 5 6 6 7 7 8 8 9 10 9 10 10 10 12 14 15 15 Bis zum nächsten Mal. 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 Das war's. 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 Das war's.